Am Samstag, den 2. November, findet wieder der Kleinkunstmarkt in Windisch-Gasten statt. Von 9 bis 17 Uhr können Sie im ABP Burgers hochwertige, handgefertigte Einzelstücke entdecken und kaufen. Weiters steht noch Basteln für Erwachsene und Kinder, persönliche Weihnachtsgeschenkkarten zum Mitnehmen, sowie ein kleiner Bauernmarkt am Programm. Nähere Infos auf www.kleinkunstmarkt.at